Es gibt eine Menge Änderungen, die auf uns zukommen, liebe Freunde. Der Roe Skin wird Gott sei Dank endlich einmal nachbearbeitet. Ein unglaublich großer Balance Pass, beziehungsweise ein Balance Update für die M16, für die FFAR, für die AUG und die Psykov. Endlich der Fix für die Modern Warfare Waffenperks, die nicht funktionieren. Endlich der Fix für die Sniper Glints, das haben wir auch schon länger jetzt als Problem. Und eine kleine Änderung, wie man das RCXD bekommt, was meiner Meinung nach irgendwie gar kein großes Thema ist. Und es geht noch weiter. Wir haben noch ganz, ganz viel mehr und ein paar Überraschungen für die Community. Das heißt, lasst uns darüber sprechen, was auf uns zukommt. Moin Freunde, ihr habt es gesehen, Raven Studios ist endlich an all diesen Themen und Problemen dran, die wir jetzt nun mal schon seit langer, langer Zeit haben. Der Roe Skin wird endlich überarbeitet. Es kamen noch ganz, ganz viele andere Überraschungen dazu. Die FFAR-Meta wird endlich gebrochen. AUG und die M16 werden endlich genervt. Die Psykov, die einfach viel zu stark releast wurde. Und da muss man ganz ehrlich sagen, die Psykov, so wie sie jetzt ist, mit den 80 Schuss Akimbo Automatikfeuer, war bereits vor zwei Monaten geleakt worden. Und zwar genauso, wie sie jetzt ist. Die Psykov war vor zwei Monaten in dem Video, als sie das erste Mal geleakt wurde, bereits genauso, wie sie jetzt ist. Und damals vor zwei Monaten habe ich schon im Video zu euch gesagt, ich wette mit euch, die Waffe kommt jetzt irgendwann in einer der neuen Seasons. Ich wusste natürlich nicht genau, wann sie kommt. Wir haben alle Season 2 vermutet. Und wird bis dahin nicht überarbeitet worden sein. Das heißt, die Waffe wird genauso sein, wie sie in diesem ersten Teaser damals war. Das war ja irgendein Gameplay mit der Psykov, was jemand in Warzone aufgenommen hat, der diese wohl durch Zufall oder aus Versehen oder mit Absicht bekommen hat. Das heißt, die beste Waffe, die ihr als Secondary aktuell haben könnt. Natürlich, die Meta ist immer noch die FFAR. Die FFAR haben wir gesehen, wird auch genervt. Die FFAR und die AUG haben ja vor kurzem erst Nerves bekommen. Jedoch hat das überhaupt nicht dazu beigetragen, dass es dadurch irgendwie besser wurde. Die aktuelle Meta in Warzone ist eigentlich auch schon viel zu lang. Viele von euch haben auch einfach die Schnauze voll davon. Meiner Meinung nach, auch der Rose Skin ist ein Problem von vielen, was jetzt angegangen wird. Aber nicht der Rose Skin an sich ist das Problem. Sprich, der Rose Skin ist ja sehr dunkel gehalten. Die Hitbox, das haben auch schon viele geschrieben, soll kleiner sein. Die Hitbox vom Rose Skin ist genauso groß wie von jedem anderen Operator. Aber in Treppenhäusern, in dunklen Ecken, wenn Verdans ein bisschen dunkler wird, ist der Rose Skin auf der Karte ganz, ganz schwer zu sehen. Was einfach daran liegt, dass er nichts Helles an sich hat. Und jetzt sieht es wohl so aus, dass der Rose Skin überarbeitet werden soll. Guckt man aber bei Warzone, durch die verschiedenen Charaktere, die wir überall haben, ist der Rose Skin nicht der einzige Skin, der so dunkel ist. Das heißt, die Spieler werden sich einfach in anderen Skins benutzen. Das Hauptproblem ist nämlich nicht der Skin an sich, sondern die Modern Warfare Engine, auf der Warzone läuft. Die Modern Warfare Engine hat mit Modern Warfare 2019 relativ viel gut gemacht, in Anführungsstrichen. Nehmen wir mal das ganze Climpen und Anlehnen und Festankern mit den Waffen und alles. Aber generell ist die Engine nicht schlecht. Sie hat aber ein großes Problem, was schon im Multiplayer offensichtlich war, was schon viele kritisiert haben. Die Modern Warfare Engine hat eine grausame, wirklich eine grausame Belichtungs- ich weiß nicht, Technik, Software, wie man das nennen möchte. Guckt ihr in Verdansk, zum Beispiel in die Sonne und ihr guckt auf einen Hügel und das die Sonne drüber, könnt ihr nicht sehen. Das mag realistisch sein, aber für die, die es vielleicht jetzt noch nicht mitbekommen haben, Verdansk ist nicht das reale Leben. Verdansk ist eine kreative Idee von einem Entwicklerstudio für einen Multiplayer Battle Royale. Das heißt, man tötet sich da nicht auf richtigem Schlachtfeld, sondern digital auf dem Schlachtfeld. Es wäre also schön, wenn man an dieser Beleuchtungstechnik vielleicht nochmal arbeiten könnte. Battlefield 5 bzw. Battlefield General hat das clever gemacht. Die haben ähnliche dunkle Ecken auf den Karten gehabt und haben dann aber einfach dafür gesorgt, dass nicht die Umgebung komplett beleuchtet wurde, sondern eben die einzelnen Charaktere auf den Maps. Die haben sozusagen eine separate Beleuchtung bekommen. Oder, was man auch machen kann, jeder Operator, so wie Rose, bekommt einfach auf die Schultern zum Beispiel, rechts, links, egal wo, so irgendwie eine kleine Leuchte, eine Blende, irgendetwas, was den Charakter auch in dunklen Ecken einfach sichtbarer macht. Generell ist dieser Blogpost von Raven Studios natürlich Gold wert. Endlich werden wichtige Themen, die wir in Warzone seit lebenslanger Zeit geführt haben, angegangen. Und darüber freue ich mich sehr und deswegen soll es heute auch möglichst positiv gehen. Selbstverständlich gibt es noch ganz, ganz viele andere Probleme. Unter anderem ist der Stimglitch wieder da. Ich weiß nicht, wie häufig schon, das neunte oder zehnte oder vielleicht auch das zwanzigste Mal. Den Stimglitch kriegen sie nicht aus dem Game raus. Und wie man das Ganze fixen kann, wenn man mit den Entwicklerstudios und den einzelnen Entwicklern da nicht hinterherkommt, Warum auch immer. Warum nimmt man den Stim als Ausrüstung nicht einfach aus Warzone raus? Aktuell ist es so, dass in keiner Runde, die ich bisher gesehen habe, auch nur ein Spieler mit Stim spielt, außer er nutzt den Stimglitch. Das heißt, nehmt Stim raus, brauchen wir sowieso nicht. Das nächste, was sie angehen wollen, Stopping Power und der Silent, soll beides aus Warzone entweder ganz verschwinden oder es soll weniger auf der Karte erscheinen. Eine richtig, richtig wichtige Änderung. Stopping Power ist, wenn ihr dagegen seid, für euch ohne Konter. Wenn jemand auf seiner FFAR oder MAC-10 Stopping Power Rounds drin hat, seid ihr am Arsch. Die Time to Kill, die sowieso schon viel zu schnell ist mit einzelnen Waffen, wird noch schneller. Das zweite ist Totenstille. Totenstille als Perk gab es ja auch schon im Blackout. Da habe ich aber das Gefühl gehabt, dass es nicht so Crutch war, wie es jetzt hier ist. Wenn ihr Totenstille findet, könnt ihr, sobald ihr einen neuen Kill macht, die Totenstille Dauer wieder komplett auffüllen. Und Totenstille lässt sich nicht kontern. Natürlich ist es ein gutes Perk, wenn man zum Beispiel Camper aus dem Haus holen möchte. Aber rein theoretisch kann man mit einmal Totenstille ein ganzes Squad auslöschen, ohne dass die zu viert eine Ahnung haben, was eigentlich passiert ist. Meiner Meinung nach also sollte Stopping Power raus aus dem Game und Totenstille sollte raus. Es gibt in Modern Warfare und in Cold War ganz viele Feldaufrüstungen. Ganz viele Feldaufrüstungen könnten und sollten den Weg in Warzone finden. Und wenn es immer nur für 14 Tage ist, so dass die Leute ein bisschen ihre Klassen mal wieder abändern. Denn aktuell ist es so, man spielt die FFAR, seitdem die Psykov draußen ist, spielt man die Psykov Akimbo 80 Schuss Vollauto. Dazu braucht man im ersten Loadout auch gar nicht mehr sich irgendwie Gedanken machen, dass man keinen Geist hat. Dadurch, dass es eben so eine heftige Akimbo Pistole auf Close Range ist, time to kill 207 Millisekunden Leute. 207 Millisekunden. Da blinkt ihr mit dem Auge und seid tot. Das heißt, die Leute nehmen die FFAR, haben automatisch Geist im ersten Loadout dabei und haben die Psykov dabei. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Das heißt, an dem Thema wird jetzt auch nochmal gearbeitet. Wir alle wissen, das ist jetzt aktuell das allerletzte Warzone-Wochenende, was wir auf Verdans, so wie es jetzt ist, erleben. Am Mittwoch wird das neue Update kommen. Season 3 wird kommen. Und weil ich ein positiver Mensch bin, auch wenn man das in den letzten Wochen kaum denken kann, wenn ich über Activision spreche, ich bin ein positiver Mensch und habe brachial viel Hoffnung dafür, dass dieses Update mit der Integration von der, ich sag mal, veränderten neuen Bedansk-Map einwandfrei funktionieren wird. Die Waffen-Balancing-Updates werden super funktionieren, die Map wird gut funktionieren und wir alle werden in Warzone wieder Spaß haben. Dazu ist es, dass wir in Cold War verschiedene neue Sachen bekommen. Unter anderem, unter anderem ist bereits geleakt worden, dass Jungle definitiv als Remake-Map mit in die Multiplayer kommt. Dazu werden wir natürlich wieder zwei Waffen im Season-Pass bekommen. Ich habe tatsächlich noch kein Leak darüber gesehen, welche beiden Waffen das sein könnten. Dazu kommt der Reiniger als Streak im Prinzip. Früher eine Spezi, jetzt ist es eine Streak, die dazu kommt, wurde aber auch schon vor langer Zeit geleakt. Dazu haben jetzt ein paar Data-Miner gefunden, dass ein paar Bundles kommen, die das Thema Hund haben. Natürlich, jeder von uns, der Black-Ops-Fan ist, hofft darauf, dass Hunde als Streaks kommen. In Cold War Hunde kann ich mir perfekt vorstellen. Das richtige Zeitalter, Hunde damals, zur Zeit des Kalten Krieges, haben eine wichtige Rolle gespielt, würden das ganze Streaks-System nochmal verbessern. Das Streaks-System an sich in Cold War ist meiner Meinung nach nämlich wirklich nicht gut. Dazu haben wir das Problem auch schon seit Ewigkeiten, also wirklich seit mehreren Monaten eigentlich schon. Der Sniper-Glint auf allen Visieren zwischen 1-fach und 8-fach funktioniert nicht. Das heißt, normalerweise, wenn euch jemand mit einem dieser Visiere anvisiert, müsste er einen Glint haben, so ein kleines weißes Pünktchen, was wir alle aus Modern Warfare schon kennen, so dass ihr sehen könnt, dass ein Sniper auf euch zielt. Aktuell ist es so, in einer Runde seht ihr es gar nicht, in einer anderen Runde seht ihr es manchmal und in der dritten Runde seht ihr es ganz häufig. Teilweise mit den gleichen Glints, die auf euch zielen. Dieses Problem ist schon seit mehreren Wochen für mich eines der kleinsten Probleme aktuell, wird jetzt aber auch angegangen. Das heißt, Raven Studios ist endlich dabei, Dinge wirklich aktiv anzugehen, damit das Warzone-Erlebnis und vielleicht auch das Multiplayer-Erlebnis für uns alle etwas besser wird. Dazu habe ich noch eine kleine kurze Info für euch. Ich werde am Wochenende vom 30.04. bis zum 2.05. in Mainz sein, in der Zentrale von Loot Gaming Booster. Das heißt, die Jungs haben mich dort eingeladen, natürlich mit vorherigen Corona-Tests und alles mögliche. Die Jungs haben mich dazu eingeladen. Wir werden unter anderem einen Videodreh machen. Mehr darf ich dazu nicht verraten. Und ich werde natürlich Live-Videos von dort machen. Ich werde eine Menge mitgehen lassen für euch. Glaubt mir, ich habe große Taschen dabei. Wenn ihr also bei diesem ganzen Adventure, worauf ich mich riesig freue, dabei sein wollt, folgt mir einfach auf Instagram. Da wird es nämlich auch Live-Streams von dort über Instagram geben. Dürfte für jeden von uns auf jeden Fall was Cooles dabei sein und wird mit Sicherheit Spaß machen. Und dann habe ich noch eine letzte Sache, Leute. Und eine traurige Sache. Mir wurde gesagt, dass ich doch kein fairer Spieler bin und mit einem Kronus Max spiele. Für die, die von euch nicht wissen, was ein Kronus Max ist, das hier. Und deshalb möchte ich euch jetzt gerne zeigen, wie das aussieht. Ich zeige euch das. Ich habe hier meinen Controller. Also, das ist der PS5-Controller. Rückseite, noch keine Paddels dran. Mein neuer Scaf kommt demnächst erst. Und das hier, was ihr hier seht. Das ist der Kronus Max, Leute. Den kann man abmachen. So, macht man den ab. Und dann ist das der Kronus Max. Oder es ist ein fucking USB-Kabel, damit dieser Controller lädt. Das heißt, an die Vollidioten, die der Auffassung sind, ich würde bei 8 Stunden täglich Livestreams tatsächlich cheaten. Hier habt ihr eine kleine Einblendung von Twitch. Das sind meine letzten 30 Streams, die jeweils 6-8 Stunden live gehen. Derjenige, der zu mir auch nur einen Beweis schicken kann, einen Beweis, dass ich ein Kronus Max benutze, bekommt 1.000 Euro von mir. Oder 10.000 Euro. Oder wir machen den Schäppi-Akt zusammen. Ist eigentlich egal. Also Leute, das jetzt nur Spaß am Rande natürlich. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da. Lasst uns mal abwarten, was da auf uns zukommt. Ich bin sehr gespannt. Ich bin raus. Haut rein. Ich bin sehr gespannt.